moin leute was geht mein name ist video gamescom auf der playstation 4 und herzlich willkommen zu einem neuen video und heute sind wir am bennis beach und hier werden wir unschuldige leute töten einfach so aus spaß und wie geht man am besten davor natürlich geht ihr erstmal ganz normal unter die menschenmenge so das machen wir jetzt mal hier so das sind das richtige hässliche pose alter ehrlich guckt die doch mal an die frauen stehen auf solche typen ne größtes arschloch vom charakter aber die frauen lassen sich trotzdem bumsen und dann liebeskummer haben ihr dummen frauen aller leckt mich alter leckt mich alter hier immer die poser alle weg damit so kleine nutte du lässt sich auch durchficken gold digger alder sogar der die dumme schien doch mal so richtig das zucker der die vorzahlen war ekelhaft so also wir killen jetzt hier noch ein paar leute da hinten sind ganz viele ich habe leider nicht so viel munition ich muss jetzt sparsam sein aber ich bin ja schon gewöhnt spaß an zu sein ach leck mich sagen was wir jetzt machen wir nehmen diese karre hier und überfahren die leute einfach weit kommen die nicht weit kommen die nicht keine sorge um gottes will ja die bullen was machen die denn hier also los geht's hier überfahren die leute ja guck mal wie die alle weg rennen da rennen die alle weg feige wie montana black schön gell ich bin dass ich finde das richtig schön hier toll da kriegen wir noch ein bei voller fahrt das weiß krass so aussteigen jetzt geht's los polizei ja wissen dass wir eine einzelne bulle und da ist ja noch einer hat ein scheiß kollege aller nämlich ist gar nicht gesehen aber seine munition nehme ich mit und ich habe hier noch eine pistole kaliber 50 also was wird das jetzt für den wohnen sohn boah du kiwi und sohn alter ich habe hier noch kaliber 50 das ist enorme durchschlagskräftige munition damit kannst du alles knacken kaliber 50 echt da kann es auch drei zentimeter dicken panzerstall durchschlagen mit dem ding schaut es sich mal an wetter einschaut ist ja auch kaliber 50 so schaut mal ich habe natürlich einen schalldämpfer draufgepackt damit man mich nicht hört und jetzt können wir einfach hier am strand einfach alle unschuldigen leute töten schaut es euch mal an wo wir hier liegen bleibt krasse scheiße wahnsinn ob es jetzt habe ich nur noch das messer man so schnell geht das so aber die eine frau habe ich angeschossen so komm her ja jetzt ist nicht mehr dann sogar die die da der dich finanziert so sogar die okay jetzt versuche ich mal als letztes den polizisten oder die polizisten aufzuschlitzen könnte schwer werden ich weiß das selber ist mir selber klar aber ich meine ich habe gutes training wenn ihr polizisten angreift dann müsst ihr einfach nur zickzack laufen und dann angreifen mit dem messer dann müsst ihr da müsst ihr euch die pistole besorgen soll und da hätte ich einen anderen polizisten aber das hatte leider nicht geklappt macht ja nix macht ja nix scheiß bull hier gibt es motoren motorboot nicht schlecht wenn ich das irgendwie ins wasser bekomme dann könnte ich mit dem ding fahren aber das muss man erst mal ins wasser bekommen so was machen wir jetzt ich würde sagen wir gehen jetzt zum wendest biet und machen noch ein paar schlitzer attacken halt dann machen wir richtig dann war mal richtig action alter los geht's oder ist eine ganze horde leute das ganze horde achten wir mal wieder abhaut was ist das mit der musik kommen her und dann wieder so eine finanzierte frau die nicht arbeiten will auch gemachte brüste und jetzt geht es ab komm her shit alter erst jetzt merke ich den vorteil von schusswaffen jawohl erwischt ja dann sag ich auf jeden fall leute boah was das für ein dann sag ich auf jeden fall tschau bis zum nächsten mal auto games com auf der playstation 4 und tschau haha 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 ja